Hallo Freunde, Servus und Herzen Willkommen hier zu einer Ankündigung. Heute Abend 20 Uhr werde ich streamen auf Twitch, alles konfiguriert, alles eingestellt und ich habe schon eine Stunde jetzt gespielt, eine Stunde stoppt, Probe gestreamt, Freunde. Ich werde das Ganze dementsprechend aufzeichnen und euch im Nachhinein natürlich auch auf YouTube zeigen, wer keine Zeit hat. Ich möchte nicht die einen verwöhnen, die anderen nicht, sondern es sind alle was davon haben, deswegen die Information, Link ist in der Beschreibung, heute Abend 20 Uhr circa, ziemlich genau, wird es losgehen auf Twitch. Ich freue mich auf euch, bis dann, tschüss. Ich muss noch ganz unerfällig auf den Knopf drücken, um die Aufnahme zu stoppen.